Ich lerne Deutsch, so genannt, sonderbar, spannend. Sog-genannt, sonderbar, spannend. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr sogenanntes Talent wird stark überschätzt. Ihr sogenanntes Talent wird stark überschätzt. Betont, dass das Talent der Person wahrscheinlich weniger beeindruckend ist, als behauptet wird. Die sogenannte Harmonie in der Gruppe war nur oberflächlich. Die sogenannte Harmonie in der Gruppe war nur oberflächlich. Die sogenannte Harmonie in der Gruppe war nur oberflächlich. Der sogenannte Erfolg des Projekts beruhte auf geschönten Zahlen. Der sogenannte Erfolg des Projekts beruhte auf geschönten Zahlen. Betont, dass der Erfolg des Projekts vielleicht nicht so groß war, wie behauptet, weil die zugrunde liegenden Daten manipuliert waren. Sein sonderbares Lachen irritierte die Kollegen. Sein sonderbares Lachen irritierte die Kollegen. Betont, dass sein Lachen ungewöhnlich oder merkwürdig klang und die Kollegen irritierte. Die sonderbare Form des Felsens ist ein beliebtes Fotomotiv. Betont, dass die Form des Felsens ungewöhnlich und faszinierend ist und daher oft fotografiert wird. Es ist sonderbar, dass niemand den Unfall bemerkt hat. Betont, dass es ungewöhnlich oder seltsam erscheint, dass niemand den Unfall bemerkt hat. Das Buch hat ein spannendes Ende. Das Buch hat ein spannendes Ende. Das Buch hat ein spannendes Ende. Betont, dass das Ende des Buches aufregend und überraschend ist und die Leser fesselt. Die wissenschaftliche Entdeckung war sehr spannend. Betont, dass die wissenschaftliche Entdeckung aufregend und interessant war und großes Interesse weckte. Der Ausflug in den Vergnügungspark war spannend für die Kinder. Der Ausflug in den Vergnügungspark war spannend für die Kinder. Betont, dass der Ausflug aufregend und unterhaltsam war und die Kinder stark beschäftigte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Betont, dass der Ausflug wird. Betont, dass die Kinder stark nicht so aufgegelt. Deine Ausflug ist ein Liefer.